Hallo, ich bin Nikolaus Fabian und ich bin beim Arbeiten jetzt gerade über einen interessanten Artikel zum Thema Personalisierung in der Werbung gestolpert. Und zwar hat da die Boston Consulting Group, also ein Riesen-Consulter im Auftrag von Google, mehrere Unternehmen untersucht und wollte dabei herausfinden, wie die mit Personalisierung im Marketing umgehen. Insgesamt haben die 26 große Unternehmen untersucht, diese 26 Unternehmen haben in Summe über 300 Marketingagenturen beauftragt, also schon wirklich eine große Menge und die sind draufgekommen, dass nur ein minimaler Bruchteil davon Personalisierung im Marketing wirklich sinnvoll einsetzt. Also Personalisierung im Marketing bedeutet zum Beispiel, ich sende dir ein E-Mail und in dem steht nicht einfach nur der Betreff, kauf jetzt endlich mein Zeug, sondern da steht wirklich drinnen, Thomas, Hugo, Martin, Sonja, wer auch immer, kauf jetzt endlich mein Zeug. Das wäre die einfachste Form von Personalisierung. Aber natürlich kann man das noch viel besser machen, indem man zum Beispiel nicht einfach über diese gesamte E-Mail-Liste drüber den gleichen Menschen die gleichen Produkte zeigt, sondern es wäre natürlich sinnvoll, wenn die Sonja, die sich zum Beispiel für Schwimmen interessiert, Schwimmprodukte sieht und der Thomas, der sich nur für Computer interessiert, Computerprodukte sieht, falls du beides liefern kannst. Es macht aber wenig Sinn, dass der Thomas die Schwimmanzüge von der Sonja sieht und umgekehrt. Deswegen ist sinnvolle Personalisierung nicht nur, dass du die Menschen mit den Namen ansprichst, sondern dass du ihnen auch die richtigen Produkte im richtigen Moment zeigen kannst, zum Beispiel, indem sie qualifiziert werden über ein CRM. Und das hat die Posten Consulting Group untersucht, ist draufgekommen, das wird ganz, ganz wenig eingesetzt. Die großen Unternehmen geben überhaupt nur 0,7% ihres Budgets für Personalisierung aus. Das ist viel zu wenig. Und was da jetzt noch dazu kommt, ist, was die gleichzeitig herausgefunden haben. Die, die es machen, die verdienen mit den gleichen Kunden 110% mehr, weil die Chance um 110% steigt, dass die mehr kaufen, als sie geplant haben, wenn sie personalisierte Werbung sehen und wenn sie personalisierte Produkte sehen, die genau zu ihnen passen. Deswegen, du solltest unbedingt Personalisierung in deinem Marketing einsetzen. Sofern du Marketing einsetzt, wenn du es nicht machst, gar kein Marketing machst, bitte fang sofort damit an. Wenn du schon Marketing betreibst, mach dir Gedanken über die Personalisierung, sprich mit deiner Werbeagentur drüber, kannst auch gern mit uns drüber sprechen. Wir sind gerne für dich da. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.